hallo und herzlich willkommen zurück zu zanz of the forest ja die höhle wartet mal beim letzten mal waren wir in dieser einen höhle ja wir brauchen das doofe tauchgerät fällt das hier eigentlich ab nee bin jetzt so ein bisschen auf den weg zu dieser höhle mal dass sie da einmal vorbeischauen aber mir wird und gib mal her die fackel ich dachte da lag eine gucken ob wir da irgendwie hinkommen ohne zu naja gut zu sterben wir müssten ja ich glaube wir gehen hier lang die richtung naja auch nur wieder ich würde gerne den hell mitnehmen münzen und seil können wir nicht mehr mitnehmen irgendetwas besonderes nein denn gehen wir mal weiter irgendwie wieder zurück oh hier oben oh oh ich denke es nicht so gut lol das probieren wir aus halt hey was haben wir denn da schein ist gefunden wie gesagt ich habe jetzt mal gekocht eigentlich sollte irgendwo irgendwie das dahinten sein aber so glaube ich sind wir schneller ne denn kann ich hier irgendwo einmal speichern gut die zeite sind kaputt wir müssten eigentlich so wie der ist da gerade runter denn unser zu hause ist irgendwo da nur falls es schief geht wir speichern einmal ich würde sagen das zelt lassen wir auch hier dann finden wir den mal wieder ich denke mal so wie geht das denn oh okay okay wir testen wir bräuchten ja irgendwie was was steil ist und ja ist da gerade was runtergefallen kann doch nur schief gehen wir bräuchten ja irgendwie was wir bräuchten ja irgendwie was so auch nicht so auch nicht so auch nicht das muss doch funktionieren wie funktioniert denn das irgendwie plumpet sich immer hin ja oh okay okay man da hat er eben funktioniert das ist doch doof wie lenke ich denn stell mich glaube ich gerade an wie der erste mitte 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 Was ist ja die Frage, wie lenkt man mit dem? Ach, damit! Ui! Aber jetzt bestimmt... So funktioniert das! Ui! Ich kann fliegen! Da ist unser Zuhause! War jetzt das Tauchgerät da oben? Ah, okay! Ich meine... Dass das da oben war... Wartet mal kurz... So, da ist er wieder! Aber wie lande ich? Huhu! So, Ingo da bei den... Und dieser Höhle... ... ... ... ... ... Wie lande ich denn? Kann man den nicht irgendwie einpacken? Ist der eigentlich auf der Karte markiert? Ach! Ne! Schade! Aber wir nehmen die mal kurz mit! Ah! Und... Ah! Aber hoffentlich sind da nicht! Aber! War lustig! Habe ich nicht gesehen! Ich hoffe, dass... wenn wir die Autopäne anziehen! ... ... ... ... Die... ... ... Stimmt! ... ... Die Höhle haben wir ja nie gemacht! Ist das jetzt eine andere Plane? Einmal speichern. Denn die Axt. Ich hoffe, dass Bildqualität eben nicht runtergegangen bin. Ich hatte... Ich habe... Ich habe... Ich habe... Neuer Ort entdeckt. Einen Schädel. Okay. Okay. Ach Fledermaus, macht doch nicht sowas. Okay. 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 Heyy volumesnt. Okay. 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 Wooh! Ähm. Okay. Okay, das geht nicht. Macht er da auch automatische Batterien rein? Okay. 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 Ja, da hat er ja ein bisschen Glück gehabt, wa? Okay. Und, gut, dass die hier feststecken. Das legen wir sicherheitshalber auch gleich an. Aber was sie noch geben müsste, ist so ein Batterieladegerät. Das ist ein Batterieladegerät. Leicht dezent beim Trinken gestört. Ach, nicht schon wieder eine Höhle. Ach, nicht schon wieder. Ach, nicht schon wieder eine Höhle. Ach, nicht schon wieder. Ach, nicht schon wieder eine Höhle. Ach, nicht schon wieder eine Höhle. Ach, nicht schon wieder eine Höhle. Ach, das ist Wasser. Ich dachte, das wäre ein Loch. Ach, nicht schon wieder eine Höhle. Ach, nicht schon wieder eine Höhle. Ach, nicht schon wieder eine Höhle. Ach, ich muss die doch auch mal anmachen. Ach, das ist irgendwo ein Boden, ne? Toll. So, liebe Leute, denn haben wir jetzt auch das Kauchgerät gefunden. Und dir auch mal Zeit. Ach, stimmt. Und das war die einzigste Höhle zum Anfang, glaube ich, wo ich gesagt habe, da gehen wir später rein, damit wir die Mutanten nicht rausholen. Und daran habe ich nie wieder gedacht. Weil die ist ja auch relativ in der Nähe vom Zuhause. Aber ich kann jetzt hier ins Wasser gehen, aber da hinten war ja auch noch eine Höhle, ne? Gar nicht hier wieder zu... Apropos. Kaput. Ach so, hier funktioniert das ja nicht. Ja, aber da hinten ging es ja in der Höhle auch noch weiter. Ich würde sagen, gehen wir da in der nächsten Folge da in die Richtung, wenn ich hier wieder zurückkomme. Ja, funktioniert. Zur Not kommen wir hier wieder her, gehen tauchen. Und dann ist gut. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Ich freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder vorbeischaut. Falls es Bildprobleme gab, in der Mitte ungefähr. Er lag gerade bei OBS. Das tut mir leid. Aber bis zum nächsten Mal. 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 Mal.